... 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 Also in dem Level sagt man das als Söldner so machen, dass aber ohne... Unten ist er nur noch. Ja, genau. Wie ich schon gesagt. Nein, aber das weiß ich nicht. Das ist doch ein verliebischer Mensch. Ja, das ist doch eine schöne Äpfel. Ah ja, da kommen wir bei Hochbrettern. Unten ist aber nichts los. Das ist ein Problem. Ja, bist du unten? Ich bin unten. Ja, das ist doch die Äpfel. Da bist du unten. Ja, ich bin schon. Weil wenn dich auf deinem Radar alles rein zu zeigen. Und bin halt. Ich bin. Also denke ich. Dass es so ist. Dass es schon stimmt wird. Das, was bei mir gezeigt wird, das kannst du auch sein, oder? Ja, das kommt auch so aus dem Saum machen. Wir haben irgendwie von den Naschen... Das ist ja nicht so richtig. Wir haben wahrscheinlich irgendwo aufgelacht, dass er über dir, hinter dir... Mit mir überläuft. Ja, aber rechts auch. Ich denke da irgendwas. Was ist für dich hier? Dreh ich hinter dir nach. Ah, Sirena. Ja. Ach so, das ist oben. Ja, ich höre was. Ja, ich höre was. Du willst wahrscheinlich das Ziel machen. Wie ist das Ziel? Das, äh, Garten. Das ist das Garten oben, Ziel. Bei dieser Adresse. Nein, der ist bei mir aber... Nein, gegangen ist er wieder. Spürst du da wieder was auch nicht mit, oder? Scheiße! Wo ist er denn? Ach, shit. Wir sind beide bei dir. Ich komm auf dich. Jetzt gibts doch nur... Zahne halt zusammen, woher? Ah, ich... Ne, das ist doch... Der wirklich? Kannst du dir da auch? Ja, das Glück. Wo nur einer. Die sind alle da nicht? Oh Gott, mein Schatz. Umstelle. Schau mal du am Ziel. Was ist Ziel? Am Zielgarten. Zielgarten. Ich geh ja weg. Du? Das ist keine. Nichts, nicht. Wo wollen die sein? Abziehen. Auf deine Wanne. Stirb! Gott, bleib ich tot. Ich geh ja weg. Oh, ich hab voll die Energie verloren. Du hast mich wieder dran geschlossen. Soll ich. Ich steh mir jetzt einfach da hier. Irgendwann wird er. Oh, warum sind sie? Ja, ich hab ihn gesehen. Alter, das bist du. Du? Wie? Du bist immer sehr guter geworden. Komm mal da rein. Lass sie kommen. Ich bin ja nie guter geworden, dass sie kommen. Doch, du kannst ja unten durchrechnen. Ja, ich hab schon. Ja, ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon mal kurz. Du musst ja mal kurzieren. Du wirst ja das Bild anmachen. Dann ist das echt nicht nur da. Oh nein, ein Tierbesitzer! So darfst du gehen? Ist der Schoffer? Ja. Was ist das? Was ist das? Das ist so ein Knopf. Rechts, 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 rechts. Schau mal, kannst du das auch machen? Ja. Schau mal, das hinter dir. Bitte nicht. Okay. Welchen Raum bist du gegangen? Links oder rechts? Nichts. Das ist der im Dings am Gang. Schau mal, du bist auch da. Das ist schön, dann wird das Haft nicht abgebrochen, oder? Was? Wenn man scheißt? Wenn du auf den Scheißt, dann wird's abgebrochen. So. Das ist halt. Könnte man scheißen halten. Nein. Nein. Sagst du mir nicht zuerst. Glaub ich. Und dann ist es auch schon gebraucht. Schau mal. Schau mal bei dir, oder? Ja. Ja. Ja, das ist der hintere. Ja, das ist der hintere. Ja, dann braucht's nur dir reden, wenn er's schon macht. Ja, ja. Dann wird die anderen befestigen. Wie ich aufschneiden. Der hätte das von der anderen Seite gehen. Hm? Der wird jetzt wahrscheinlich über die Decke gehen. Die Decke wird das da auch. Da war auch einer drin. Das ist das letzte Mal. Ach, der hat's nur mir gekauft. So verwirrt. Hey, gegen 40. Wieder? Das ist fertig, oder? Nein. Nein. Das ist die Dürze, oder? Das hat er doch schon. Warte. Fuck. Ach, das war irgendein anderes Ding. Das sind jetzt die Dürze abgekommen. Hm. Puh! Das ist weit gut, ist er. Das ist wahr. Das war schon außer den externen Dingern. Weil er am unten angefangen hat. Da sind wir jetzt bald wieder durchgerechnet. Oben! Zieh oben! Unten meine ich halt. Unten? Das Ding, Garten zieh. Mach ich schon. Ich hab mich überbeigrennt, oder? Du, Sau! Du, Sau! Oben, Garten. Geil! Nachbar! Ja. Das ist aber irgendwie zwingend Zeit für den App, finde ich. Also jetzt da haben wir nichts weg. Im Gegensatz zu euch, haben wir es fast geschafft. 12,000 haben wir gehabt. Zwei. Zwei. Ja. Zum Schluss, weil du mich... Ich hab's noch gehabt. Ich hab's noch gehabt, oder? Nein, ich hab's noch gehabt. Also unsere haben wir zum Schluss noch gemacht. Ich hab ja unten fast fertig gehabt. Ja, dann bist du nicht mehr hingekommen. Ja, weil du am Anfang so schnell warst. Ich wollte nicht hingehen, sagen wir mal so. Weil ich bloß noch zwei Lämmen gekauft hab. Ja. Ja, also das mit dem begrenzten Lämischen Ort. Ja, das... Schmetz mal zunächst mal aussteuern. Bis du am Arzt kutscht, oder was? Bis du am Schluss? Auf Schluss? Bis du am Arzt kutscht. Was ist das denn? Du hast die Pnauhafen gekriegt, davon bist du zu dutten gesessen. Ja, weil die gewückt hat. Dann hab ich da was umgebläht. Weil man normalerweise dann reden kann. Reeeeeeen. Ja, und jetzt? Trains? Was ist Trains? Hab ich noch nie gespulen. Da. Ja. Ja. War noch. Letztes Mal. War ich nicht da. Letztes Mal, was du da warst. War ich nicht da. Ja, Trains, wir können... Ja, Trains oder Factory, oder das nochmal? Ja. Mir war das eigentlich fast am liebsten. Weil das ist ganz gut. Ja, wir haben ja länger, aber für dich zwei Minuten mehr. Ja, zwei Minuten mehr an einzeln Leben? Ja. Ja. Ja, dann wechseln. Ich geh noch schnell aufs Klo. Ja, zwei Minuten mehr. Das ist wirklich mal. Ja. 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 Vielen Dank.